willkommen zu einer weiteren runde lol wieder mit den malitius 1 hallo und diesmal ist wieder der khalterso dabei khalterso hat diesmal gragas genommen und ich hab wieder zinsau und malitius hat wieder wager genommen das reicht an vorstellung da oben sind drei stücke gekauft oder nicht oben sind drei stücke gekauft 4 1 alle nächstes mal dabei und miss fortune ist auch auszuwählen natürlich dort ja mit morgana und master wie und tristana sind gekauft aber ein lieben ist doch nicht zum auswählen da gewesen doch ich habe nur falsch geguckt kann auch sein naja egal ach fabi selbst mit der latenz von 133 schneller als du sorge kauf los geht's ich wollte schon sagen er schrennt mir hinterher hast du schon was geholt kurz oder was man das passiert mir auch jedes mal meine mitte habe ich habe mir schon wieder nichts gekauft gehabt hast du noch ein bisschen zeit so farb wie was steht da heute richtig müsste das sein klar nee das ist spanisch oder so ich schreibe einfach xd und dann ist gut das ist mal blöd wenn man das nicht lesen kann ich schreibe ja eh nicht also ist mir auch egal ich habe natürlich keine ahnung wie man welcher was was heißt noch mehr ich sind eindeutig in der gruppe von spanien gelandet ne portugal naja ich schreibe auch mal dahin die basalen sind erschienen ach wahrscheinlich untererst ne m und bei uns oben sind ähm ähm Master G und weiß nicht weiß gar nicht bei Waren hm also bei uns oben ist Master G das weiß ich jetzt schon so wann kommt unsere Verstärkung ein Demasiata sieht sich nie zurück ah da war schon jemand eben mhm Annie Annie und noch jemand und Besuch ich weiß wie heißt der kleine mit der Kanone nochmal weiß er nicht Tostana ja also bei uns ist Master G und Morgana blup Morgana ist auch mies krass hat schon Damage rein ja ich mach gar nichts nein nein man das dauert hier das ist ja unglaublich weiß noch wir beide Fabi gut dass sie zusammen gespielt ja ich ich kann mir noch ein einiges ein oder nur ein einiges wie fast nur getrunken halt Maul wir beide meinten jetzt die Spezialattacke zusammen einsetzen das hat gut geklappt nicht zu weit vorlaufen ah weil die rennen natürlich wieder gleich in den Turm rein hehehe dunkle Materie und bumm ja ist klar Massi ey hat gar keinen bumm gemacht und Annie ist tot komm raus und ich auch scheiße ich hab nicht gesehen dass wir keine mehr hatten eben bei uns keine war seinen mehr stehen hatten deswegen hab ich dir aber stark gesagt komm raus ja oder hm das ist leicht blöder ja aber das war ein bisschen zu spät eben entschuldigung ne ich war gib mir Mühe ich war ich wollte gerade noch Spunden einsetzen aber war zu spät also geil Aua Tom hat mich anvisiert aua 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 oh oh zurück naja 1 1 1 zu 1 bei mir ich hab eine Helferhund schon oh Massi bist ja fast gestorben hm deswegen hab ich ja gedacht das ist nicht zu weit Mami wieder ups das hab ich auf dem aufgelegt woher was hast du gemacht? ich hab aus dem aufgelegt ach warum? ich hab gesagt aus versehen trotzdem darf ich doch fragen warum? nö sperr euch ein ihr Bischte es kann passieren es kann passieren dafür ist der Zorn von League of Legends jetzt voll leise ja bei mir auch gerade durch das annehmen oh oh Annie aua 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 und irgendwie komm ich mal auf die falsche Taste dass ich immer dieses anblinken da mach ich glaub es nicht kann sollte man das machen he 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 weißt was gerade blöd war Chris? ich hab die gelebt und sie haben dich gelebt mhm ich weiß neues level hö hö das ist ein bisschen nervig dass das gerade ein bisschen zu leise ist ich sehe auf den Thronen lauter hm? ich sehe auf den Thronen lauter das ist ja das Problem bei mir sssss Annie oha leh ok manne mehr zurück ok manne mehr zurück nein was denn? wurde gekillt achso kann man gar nicht gesehen ist gar nicht aufgetaucht hier doch ist aufgetaucht achso mann ey genau gerade aus meinem Feld rausgelaufen Annie mit ihrer scheiß lebung mhm scheiße bist du noch weggekommen? nö natürlich nicht sonst wäre ich ja nicht gestorben ne? zeigt er mir ja nicht mehr an ist so ich bin grad mal Stufe 3 ich bin grad mal Stufe 4 ja Autsch 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 genau Stufe 3 Stufe 5 aber die führen ja auch schon, das ist kacke bin ich der einzige der bis eben gewesen der einen kill hatte? ja ich glaube Annie ist im Graskos oder davor ich weiß ich hab sie ja schon gesehen ha ach hm diese scheiß abklingzeit hm das ist nervig so Annie ist erledigt ich glaub irgendwie kann ich mit denen auch noch viel besser spielen als mit Wukong hm ich kann mit Weiger auch schon voll gut spielen schon wieder im Level, ich bin eben erst im Level gestiegen und jetzt schon wieder und alle haben sie mich plötzlich eingeholt im Level ich bin Level 5 war zwei Level 4 und schon bling leerstand und was meintest du eben Fabi? ja wie gesagt ich auch so aber Morgana will mich grad wieder killen ach scheiß Morgana ne? so Torben nicht zu weit vorher und jetzt ja da kommt jemand ja ich muss aber weg ich hab kein Mana mehr ich hab versucht Annie aufzuhalten sowas doch dieser Scheiß Schneekanon man ich würd lieber abhauen da ich bin doch schon weg massi sie ist ne Frau ja auch wenn es ne dran wär weiß doch, jen interessiert das doch gar nix Oh oh Na Fabi? Irgendwie sind die nervig Ja war das ne kleine gute Kombos Mach halt schon wieder der Typ hat mich ey Bist halt schon wieder tot? Ja Morgana setzt mich fest und Master G killt mich Ja das ist auch ne gute Kombos So Ich kann mir immer noch keine Sachen holen Ich bin schon wieder leer gestiegen eben Ja ich bin gleich tot Ich kam hier Der Piss hat mich gelähmt ich kam nicht mehr weg Deswegen hat er geschafft mich zu töten Oh die haben einen Turm zerstört bei uns das ist kacke Hm Aber haben sie vorhin auch und dann haben wir das Ding gedreht Ja Haben wir richtig schnell gedreht die Sache Aber ich weiß nicht ob das jetzt auch so gut sein soll Mal gucken ne Ey alles abklingt seit Mann Und Boom Aber ich bin immer noch der Meinung Andy war letzte Woche da und nicht dieses Mal wieder Oh Knall Ich hasse die Spielrichtung Von oben nach unten Ach so langsam geht das Langsam hab ich mich dran gewöhnt Oh oh Na siehste komm zieh durch Mein Gott ich hasse das wenn die immer abhauen Ja jetzt versucht Andy mich zu kriegen weil ich fast tot bin Au Ich hab nicht genug Mana für mein Spezial Ich hab nicht genug Mana für mein Spezial Mann Scheiß hat nichts geworden fuck 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 War ich aus Komm ja irgendwie mal aufm falschen Aufm falschen Knopf Junge Lauf doch mal Oh Reg dich doch nicht so auf Nerv mich nicht Doch Du lenkst ab Ich lenk gar nicht ab Natürlich Was machst du sonst Außer ständig wieder zu beleben Echt? Ja Ey wieso mich ständig wieder zu beleben ich hab mich nur hochgeportet Warum? Siehst du dadurch bin ich gestorben Hm Fabi sagt die gar nichts mehr Sie sind gerade am Elchen Weißt du Bestimmt Chips Hm Noch aufhessen ja Richtig gesund Ich bin gleich tot Wenn ich nicht wegkomme Der Retter in der Not ist da Du ruhen Retter in der Not ist klar Aber die drei sind wirklich ner- äh die beiden sind wirklich nervig Mann Das nervt mich nicht hier Oh oh Boah man Meine FPS spielen ganz schön rum gerade Irgendwie Oh oh Annie Nein Und direkt ihren Bären beschworen Ja Wie ein scheiß Teddybär Ich glaub da noch jemand kuss Ich weiß dass da noch jemand kam Und bin tot Die sind hier unten echt nicht aufzuhalten Meine Fresse Meine Fresse Irgendwie bin ich schon dreimal gestorben Unser Turm ist gleich weg Ich weiß Wir haben ja nicht ein scheiß Gegner Team bekommen Mhm Haben wir auch Na komm zieh Junge Lauf Weißt du wie schön das immer so mit Kombos ist Chris Ja Scheiße Und Annie versteckt sich hier irgendwo im Gras Habt ihr schon gesehen du Biest Du Biest Nein direkt rausgelaufen Oh jetzt kommt der Schnee Die Schneefrau Aus Pana Und Kaboom Verdammt Und Annie Aua Aua Nein Nein Sack Ich glaub da hat sich mal ein Blau geholt gehabt ne Ähm Nein Nur weil dieser K... Der hat irgendwie so fertig gemacht Ja Was machst du denn soweit vorne Chris Ich Du weißt was hier los ist ne Ich weiss was da los ist Er geht Monster killen Ja Toll Für nen kleinen Buff Ich brauch Kohle Und neues Level Schön unser Turm ist gleich weg Mhm Ich weiss Mhm Okay Und jetzt komm Na toll Und weg ist er Ja jetzt haut er auch ab Ja ich glaub das steht hier vorne noch Oder? Ne meistens hauen sie ab wenn sie alle Türme weg haben Total jetzt haben wir diesmal beide Türme weg Ne Fabi Mhm aber nicht immer so Ja nicht immer aber meistens Das war's. Ey, ist krass. Wurde ich grad von Morgana und Annie gekillt. Okay. Ich kam plötzlich aus dem Busch. Ja, was machst du hier denn? Guck mal, wer hier ist. Ja, wo ist? Ja, hier unten. Jetzt ist das ne andere Combo. Achso. Scheiße, ich hab keine Mana mehr. Ja, toll und deswegen bin ich gestorben. Ich hasse sowas. Na, vorhin bin ich sechs zu... Ich glaub, ich hatte vier Kids und bin sechsmal gestorben. Was machst du, Marcy? Na, Quatsch gerade mit Franzi. Boah. Weiß nicht, was wissen wir von wegen Pirk-Goldenkauf oder so. Boah, das geht einem aber auf die Nerven. Ne? Ja. Ey, Alter ging... So, was geht denn auf die Nerven? Ja, Franzi. Habt ihr die gehört, oder was? Nein, der Fabi grad erzählt. Achso. Ja. Alter, wie stark sind Morgana und Annie bitte? Alter, scheiße, scheiße. Ja, ich hab' alle... Hm. Ey, was ist denn das? Wie weit sind die schon vorne? Siehst du doch. Boah, Annie ist so ein Dreck. Ich bin gerade mal Level 9, ey. Na, Annie ist 12. Hm. Ey, dafür dass die so klein ist, ist das ja gar nicht nix. Toll, das war eigentlich mein Kale. Ich versuchte die hier gerade erstmal ein bisschen fernzuhalten. Hm. Und kabumm, dunkle Materie. Ich bin gleich vor Level 10. Hey, grüß. Ich klau dir mal kurz ein paar Erfahrungspunkte. Hey, willst du mich verarschen? Was denn? Ja, ich hab' nicht mehr viel gefehlt. Ja und, ist mir noch egal. Das sind meine Kids gewesen, aber egal. Boah, ey, diese kleinen Kills hier vorne. Ja, nicht nur deswegen, wegen der Kohle. Och. Vogel. Äh, tu mir leid. Ich flatter' gerne. Greifen mit an den Turm. Nö, ich bin weg. Mann, ey. Neue Sachen wollen. Was willst du eigentlich? Super, jetzt kommen sie hier wenig. Turm hätten wir vielleicht geschafft. Ich geh' mir Sachen holen, statt den Turm fertig zu machen. Hallo, ich hatte kein Mana mehr, das hätt' eh nix genützt. Welchen Turm? Da kannst du sowieso keine Fähigkeiten einsetzen auf die Turme. Welchen Turm wollt' ich dann bitte fertig machen, Marci? Den da unten. Den da unten. Der hat so viel Leben. Der hat gar nicht viel Leben mehr. Aber guck dir mal an, welche Level die alle sind, ne? Ach, ne. Falsch. Man sieht gar nicht, welches Level die überhaupt sind, ne? Im Spiel. Oh, ne. Fuck. Das hätt' eh nix gebracht. Ich wär' dann als nächstes auch gestorben wieder. Ja. Ja. Das ist aber doch okay. Verdammte Scheiße. Mann, Mann, Mann. Bling, Bling. Fuck. Punkt, 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 Punkt. Aber die das gelesen haben, und die Weiche aufnehmen, wissen wir was. Jetzt rennen die unten durch die Mitte, ey. Fuck. So, jetzt hab' ich's dir da auch noch geschrieben. Ja, hier. Weißt du, wie weit die hier sind schon? Ist dann durch, ja. Ich glaube, da packen wir nicht. Ne, die sind's mal nicht, ne? Also, das wär' sehr knapp, das Ding zu drehen. Ja, jetzt bin ich schon wieder durch. Diese... Ich hasse die Idee immer mit dem ganzen Rumgenehme. Und mit ihren verdammten Heilungen, da. Ja. Ja. Allerdings sind die noch getötet. Äh. Zieh mich mal weiter zurück. Mein Gott. Ne? Nein! Ey, ich hätt... Ich hätt's so umgelegt. Ja, hättest du. Hätte. Immer diese Sette. Das ist schlimm. Er sieht auch ne Fähigkeit an, eingesetzt, ey. Das ist scheiße. Also, das sind ganz miese Gegner, also. Bis fort schon nicht. Na, generell meine ich jetzt so, äh... Oh, nee. Ja, klar. Annie, Annie hat eine Tag, ein und drei Mal sein. One hit down, ey. Ey, kommt gerade mal Enkel. Acht Sterbehilfen. Ne, zwei. Und acht Mal ist selbst getötet worden. Wow, wo ist der Typ? Sind die jetzt alle irgendwie in der Mitte gerade? Ja. Und ich bin wieder voll gelähmt. Ja. Oh, der Fabi kommt runter. Wollte schon sagen wir... Fabi kennt ja diese Combo, ne? Die mich gerade gekillt hat. Verdammte Scheiße. Ey, 600, 200 Münzen sind weh, ne, gibt's da doch? Ich könnt ihr gott, ey, echt. Oh, fuck. So. Ich komm und helf dir, sack. Bim, 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 bim. Weiß noch den letzten Kampf, Marcy? Den wir hatten? Wo die immer... Wo die Gegner immer wollten, dass wir aufgeben. Mhm... Mh, aber wir haben trotzdem, wir haben trotzdem noch gewonnen Ich hab auch mit Fabi gehabt, da wollten die auch ständig, dass wir aufgeben Was die sich da einf... Was die da sich... Rausnehmen immer, ne? BAM! Slash! Boah, das wird jetzt ein Kampf hier Und zack, zack, DAMN! NEEIN! Und ich bin gleich tot Irgendwie war das ein Doppel-K.O Na, ich hab sie geküllt, deswegen Mano! Der hätte noch für mich zählen können Du mit dein hätte Das hat er vorhin auch an LOW zu mir gesagt Hätte, klar Hätte Chris nicht mal dazwischen gefunkt Hilfe! Ich bin von Miss Fortune verfolgt Oh, Chris labert doch nicht immer, ehrlich Mich hat ja Miss Master G verfolgt und ich hab nichts gesagt Ja und, ist mir doch egal, ob ich labert oder nicht Ah, da kommt er Nein! Wir geben hier nicht auf Nein! Wer war'n das eigentlich, der jetzt wollte, dass wir aufgeben? Nobody, keine Ahnung, das ist ähm... 3 zu 2 Katharina! Du verdammter... Pisser! Hm? Ey, wir geben doch nicht auf! Wer sind wir denn? Wieso wollte das mit mir aufgehen? Wieso wollte das mit mir aufgehen? Komm her, du Bastard! Hey, sowas zeigt man nicht! Nein! Aber echt, Master G hat mich eben trotzdem noch gekriegt! Ah, mich auch! Irgendwie sind sie gerade zu viele Nein! Verdammt! Er schreibt jetzt extra an euch! Boah, was geht denn da gerade ab, ey? Massenkämpfen! Hm, seh ich schon! Ja, toll, scheiß Morgana! Ich könnt kotzen! Hinter dir! So! So, erledigt! So, jetzt kann ich auch wieder ins Geschehen eingreifen! Aber paar Kids haben wir übrigens noch raus! Ah, guck mal, wer da war! Hm, keine Ahnung, mir war egal! Ich seh Annie da, deswegen... Gesundheit! Oh, danke! Oh! Und erledigt! So! Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich komme, ich komme, ich komme! Ich bin zu langsam! Ey, er hat sich wirklich einen Doppelkrieg gemacht! Ja, Master G schon wieder! Der rennt jedes Mal mir vorbei! Bam! Komm! Annie! Na los! Ja, Mars, ich hätte auch... Wow! Ja! Ich hab ihren Kill! Uh! Und bin selber gestorben! Das war's wert! Mein zweiter Kill! Danke! Mann, bin's gut! Bin so gut wie Farid! Nee, ich bin besser! Ja, mit dem Champion! Ey! Aber auch nur ausnahmsweise, ne, Marsi? 19 Kills inzwischen! Ja, ja! Toll! Diese olle Wiederbelebungsheit! Komm, ey! Schau bloß ab da! Weil sonst bist du gleich tot! Oder auch nicht! Ey! Die kriegen uns hier gar nicht mehr raus! Was? Oh ja! Toll! Sack! Geist! Ich hinge ich hier voll! Na los! Lauf! Jetzt kommen sie alle hier! Aber irgendwie haben wir hier eine Leiteprobleme! Oh, oh! Wir haben nicht auf Dings aufgepasst! Das Fortune? Hm! Und ich muss weg! Ich bin schon da! Nein! Wir haben Turm verloren! Auf Katharina! Kling mal! Namesfotchen wäre stärker! Du oder ich! Oder es ist Ressana! Du! Naja! Ach, warst du wieder tot? Hm? Glaub, du auch gleich ne Farben? Ach, nö! Nö? Oh, oh! Noch nicht! Nö! Ich komm hier noch weg! Aber der hat Ash mir den Kiel geklaut! Von Morgana! Ja! So! Kennt man ja schon! Oh, jetzt wird's hier voll! Komm, den haben wir gleich! Ja! Klappt doch! Leute! Nein! Wir geben hier nicht auf! Wer sind wir denn? Ich hasse... Solche Leute hasse ich! Die nicht bis zum Ende kämpfen! Leute, kommt! Zieht durch! Ich will mich! Beschützen! Boah! Ich bin gleich tot! Die grillt dich groß! Ja, ich hab schon gemerkt! Deswegen sag ich ja! Ich bin gleich tot! Boah! Nächste Welle! Oh man! Ich kann mir selber gerade erst mal zu kämpfen! Aber jetzt bin ich zehnmal gestorben und hab fünfmal gekillt! Scheiße! Wasala! Wasala erst mal wieder verteidigt! Hallo! In einer halben Stunde können wir das Blatt noch wenden! Oho! Oho! Wir kriegen so hoch! Ja, Morgana kommt durch die Mitte! Und Annie kommt noch! Ja, Annie rennt zur Mitte hin! Musste aufpassen! Sorry to! Und da ist sie schon! Ey, die macht... Leute! Ich brauche hier Verstärkung! Ja! Muss jetzt die Umwand sein hier erst mal erledigen! Komm schon, die kriegt ihr! Sehr schön! Irgendwie... Sieht's mau aus! Ach, da rennt Morgana lang! Ich hab mich schon gewundert, wo die Alte ist! Sie müssen sich erst mal aufladen und so! Hm... Morgana, mal mit ihnen wegrennen! Aber da ist Master G! Ja, ich hab's schon gemerkt! I'm dangerous, baby! Ah, Master G hat Highlander aktiviert, deswegen konnte ich ihn nicht stun! Ja, das ist zum Kotzen! Ne? Wir werden hier voreingekesselt von denen! Gürtel des Lebens! Ja, siehste, jetzt fühlen wir uns auch einmal so, wie die sich immer fühlen! Nein, wir haben ne Vasale verloren! Ne Vasale! Eine Vasale! Ne, hier ist mal überall daneben gefeuert gerade! Eine Vaseline! Nein, hier ist noch nichts bereit, ey! Was ist denn das? Nein! Und schon wieder tot! 14 tot schon! 14 tot! Hm! Mann! Was, du bist schon öfter gestorben als ich? Ja, 14 mal! Aber jetzt steht die alte hier nur doof rum, ne? Wer? Ja, die andauernd will das ja aufgeben! Und wir halten hier nur noch zuviert die Stellung ist, ne? Ja! Fabi schreib auf Englisch, du bist Engländer! Los! Mach! Gib dir gleich mal Englisch! Ja! Ja! Wie schön! Ich hab nen Kill! Wie viel Kill hast du jetzt? Drei! Wow! Du hast 3 bis 10 mal gestorben, ich hab 5 und bin 11 mal gestorben! Bam! Slash! Ja! Die kriegste! Die kriegste! Lau! Ne! Ne! Der Weg ist zu weit! Die haben uns eh gleich! Wir sind gleich erledigt! Scheiße! Der Weg war zu weit! Ich glaub die letzten Sekunden schlagt er ohne mich, denn ich hab noch 16! Ich 10 noch! Ich hab auch 40 Sekunden! Guck mal, das ist das ja! Die hat einfach aufgegeben! Die steht da nur duft in der Gegend jetzt rum! Wollen wir noch ein Match, oder? Nö! Ich nicht mehr! Naja! Okay, Leute! Das war's! Man kann ja leider nicht immer gewinnen! Jo! Dann bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! 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 Ciao!